Herzlich Willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das NBA Bundle von Jaleel und Bones MC. Alle weiteren Informationen zu dieser Single, der Tracklist und dem Bundleinhalt, sowie natürlich auch die Links zu Single und zum Bundle, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. NBA von Jaleel und Bones MC, das Ganze am 5. Februar erschienen. Wir haben hier mal wieder ein Bundle aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist mal wieder ein Single Bundle, in diesem Fall zu dem gemeinsamen Track von Jaleel und Bones MC. Wir haben hier das Bundle bestehend aus zwei Teilen. Einmal dem Shirt und zum zweiten hier der Single an sich. Die kommt hier noch in einer separaten Hülle, in so einem kleinen Kuvert. Wir werden das mal hier öffnen. Gut, wir werden mal das Messer zur Hilfe nehmen. So, wunderbar. Und hier kommt dann die Single, die ist hier in so einem Luftpolsterkuvert versendet worden. Ist in diesem Fall eine Papphülle. Hätte man meiner Meinung nach auch in einen Joule Case oder Super Joule Case packen können oder zumindest ein Slim Case. Ja, in diesem Fall leider nur eine Papphülle geworden. So, wo haben wir die Öffnung bzw. die Schweißnaht. Die eignet sich da immer am besten. Aber egal, wir werden glaube ich doch am besten hier bei der Öffnung, nachdem die Schweißnaht zu klein ausfällt. Wir werden hier bei der Öffnung entlang fahren. Was gar nicht so einfach ist. So, und dann hier noch einmal seitlich. Wunderbar. Gut, Shirt packen wir zur Seite. Dann schauen wir uns als erstes mal die Single an. Also, auf der Vorderseite haben wir hier das Cover. Wir lesen hier NBA, darunter Jaleel Bones MC. Sieht aus wie ein sehr teurer Ring, also wie so ein NBA oder generell so ein Ring von Sportlern, den man dann bekommt zur Meisterschaft. Dann haben wir unten noch einen Verbraucherhinweis auf Englisch. Und auf der Rückseite lesen wir hier die Tracklist. Wir haben hier insgesamt drei Tracks drauf. Einmal der Track NBA, dann Top Boy, der schon etwas länger draußen ist von Jaleel. Und dann noch NBA in der Instrumental Variante. Dann hier noch die Infos. Nochmal der Verbraucherhinweis. Und hier das Logo, also ein abgewandeltes NBA-Logo. Hier in diesem Fall mit einem Jungen mit Waffe. Die CD kommt hier im Basketball-Design. Hier lesen wir Swish, Jaleel und Bones MC. Wie gesagt, in der Papphöhle. Und als zweiten Bundleinhalt haben wir dann hier das Shirt. So, das schauen wir uns mal an. Das Shirt konnte man größentechnisch frei auswählen. So, ich habe mich in diesem Fall für M entschieden. Ist auch trotz M wirklich sehr großzügig geschnitten. Also hier haben wir einen Basketballplatz. Hier links lesen wir Swish auf diesem Basketball. Dann haben wir hier Jaleel, rechts Bones. Und darunter auch nochmal die Schriftzüge plus dieses Logo. Hier oben nochmal das richtige NBA-Logo hier so aufgeklebt. Andersten, ja, Plattenbau oder, naja, Plattenbau nicht wirklich, aber relativ triste Häuser und Palmen. Auf der Rückseite das Logo hier nochmal im Genick. Also hier Neckprint in Blau, Weiß und Rot. Und bei diesem Shirt haben wir es zu tun mit einem Swish in der Größe M. Wie gesagt, größefrei wählbar. Und dann haben wir hier noch ein Zettelchen mit weiterer Info. Was lesen wir hier? Das Ganze ist 100% Baumwolle. Manufactured for TB International GmbH. Und das Ganze ist made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze noch einmal kurz im Detail an, wie dieses Shirt getragen aussieht. Und so sieht das Shirt dann getragen aus. Also wir haben das schwarze Shirt. Hier im Hintergrund dann diese graue Umgebung. Dann hier im Vordergrund links Jaleel und rechts Bones. Unten dann noch die entsprechenden Schriftzüge hier in lila. Und in der Mitte dann noch das Logo. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dem Bundle befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt. Wie gesagt, Größe M konnte man aber frei auswählen in der Größe. Und zum Zweiten dann die Single hier in der Pupphühle mit insgesamt drei Tracks. Jawohl, das alles in diesem wunderbaren Bundle NBA von Jaleel und Bones MC. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von der Single beziehungsweise dem Bundle. Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Jaleel und Bones MC unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt euch auf. Ciao.